Als Gastgeber auf Daffy Ducks Fantastische Insel erlaube ich mir als Erstem, Ihnen die Hand der Gastfreundschaft zu reichen und entbiete Ihnen ein Herzen... Daffy Ducks Fantastische Insel Wie begrüße... Mir war, als hätte ich eine Mietekatze gesehen. Dann springe ich nicht etwa in einen Swimmingpool, nicht etwa in einen Eimer mit Wasser. Nein, ich sage Ihnen, was ich machen werde, ich springe dann in ein Wasserglas, ein ganz einfaches Wasserglas. Aufpassen! Ein Riesenspaß mit den großen Warner Stars. Lass mich wissen, wenn was kommt, das dich interessiert. Jahu! Wow! Das ist eine Aufgabe für Super-Duck! Heben Sie ab mit Daffy Duck!